Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Morgen. Heute ist ein sehr spezieller Tag. Und zwar kommen wir heute einem Bubentraum von mir sehr nahe. Aber für das müssen wir zuerst ins Luzernische fahren. Wie wahrscheinlich jeder kleine Bub wollte ich damals Pilot werden. Und ich bin zwar auf dem Weg zum Pilotenschein, aber ich bin noch sehr weit weg von meinem Träumen, den ich habe, und zwar einen PC-6 zu fliegen. Aber heute kommen wir dem Traum sehr nahe. Während meiner Ausbildung auf dem Flugplatz habe ich jemanden kennengelernt, der in der Lage ist, den PC-6 zu fliegen. Und heute bzw. diese Woche arbeitet er auf dem Flugplatz der Rienge als Pilatus-Porter-Pilot. Und macht den ganzen Tag nichts anderes als Fallschirmspringer einladen, rauf fliegen auf 4'000 Meter, die rausgumpen lassen und wieder landen. Und genau das machen wir heute. Es ist noch viel heisser, als es aussieht. Das hier ist ein PC-6, ein Pilatus-Porter. Und so ein kleiner Bubentraum von mir ist, den selber zu fliegen. Und heute komme ich dem schon sehr nahe, indem ich mit dem Pilot zusammen einen Fallschirmspringer auf ihrer Absprunghöhe von etwa 4'000 Meter absetze. Und ich glaube, ich zeige euch die schöne Maschine jetzt einmal etwas von Neuem. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.